So überprüfst du deinen Arbeitsspeicher nach Fehlern. Rechtsklick auf dein Windows Startmenü und geh auf Ausführen. Danach gibst du den Befehl MD-Chat ein und öffnest diesen. Jetzt gehst du auf Neu starten, wenn du deinen Arbeitsspeicher auf Fehler überprüfen möchtest. Und das ist auf jeden Fall die anfängerfreundliche Methode. Es gibt noch die fortgeschrittene, das wäre über den Mem-Tester. Und dafür braucht ihr einen bootfähigen USB-Stick plus Mem-Tester. Folgt für mehr.